Sie sind hier, 16. Oktober 2018, 18.01 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Cedric Teuchert hat sich bei der deutschen U21 verletzt, Urheberrecht geht die Images, Schalke 04 muss vorerst auf Cedric Teuchert verzichten. Der Stürmer verletzt sich bei der deutschen U21 an der Hüftbeugersähne. Schalke 04 muss mehrere Wochen auf Cedric Teuchert verzichten. Der Stürmer zog sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Norwegen 2 zu 1 eine Teilruptur der Hüftbeugesehne zu. Das gab Schalke am Dienstag bekannt. Teuchert hatte am Freitag gegen Norwegen zunächst das Tor zum 1 zu 0 erzielt, war in der 72. Minute aber verletzt ausgewechselt worden. Von Sportinformationsdienst